Hängt keiner am Leben? Der Senator möchte sterben. Nein! Bring sie um, ich reporte auch nicht. Ok, verrätst du mich nicht? Nein! Nee! Kuhn! Lass es sein! Nein! 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 Ja! Ah! Ah! Jetzt mach! Geh weg! Ich kann sie nicht töten, weil ich nicht bin! Geh weg! Warum bist du so gemein, Ars? Meine Wille! Bring sie endlich um! Nein! Was ist denn jetzt los? Mach mir mal so live an! What the fuck? Kuhn, warum bist du so gemein? Ich will sie nur reporten! What the fuck? Das ist so mies! Was? Aber Kuhn wollte mich umbringen! Also es ist auf jeden Fall Blaze, der self-reportet jetzt. What? So gemein! Nein, kann nicht sein. What? Ich bin gerade mit Hinata reingelaufen, als ich Light fixen wollte. Und ich war auch da und ich kam vom Labor und aus der Richtung, wo die Leiche liegt, kam an. Gerade gelang auf. Aus der Richtung? Dung! 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 Dung!